Ja, Morgensstund hat Gold im Mund. So bin ich geweckt worden und deswegen geht es mir auch super heute. Es ging noch nicht in die volle Runde. Wir haben uns warm gemacht, wir sind auf Platz gelaufen, haben eine Runde gemacht. Und dann kam der Schiedsrichter und hat gesagt, wir haben keinen Ball. Und ohne Ball kann man nicht spielen. Freunde da draußen, benutzen Kondome. Vernunft einschalten. Mit. Ohne. Ich möchte ohne Kondom mit jemandem schlafen, weil ich das einfach schöner finde. Ich habe Spirale drin, alles. Und da bist du sogar weniger sicher unterwegs, wenn du jetzt nur ein Kondom benutzen würdest. Diese Rechnungen, da baue ich nicht drauf. Wir kennen uns erst sechs Tage. Und da ziehe ich dann auch ganz klar einen Cut und benutze das Flummi. Der erste Schuss ist ein Treffer. Bei mir. Ja. Wird's kein Eye-to-One, Baby. Boah. Ist nicht geplant gerade. Nee, bei mir aber auch nicht. Ich bleib dabei. Ich bleib auch dabei. Ich bleib auch dabei. Ja. Ich hoffe, dass sich viele Leute da draußen an mir ein Beispiel nehmen. Lasst euch nicht verführen. Ja. Ja.